Im ersten Video über die Vermehrung von Pflanzen haben wir euch die generative, also die geschlechtliche Vermehrung erklärt. Einige Pflanzen benutzen aber eine ganz andere Art der Vermehrung und zwar klonen sie sich einfach. Wie das funktionieren soll, zeigen wir euch jetzt. Die vegetative Vermehrung stellt die ungeschlechtliche Vermehrung von Pflanzen dar. Sie tritt aber auch bei einigen tierischen Organismen auf, zum Beispiel bei Einzellern. Sie beruht auf mythotischer Zellteilung und läuft also im Grunde wie ein normaler Wachstums- oder Regenerationsprozess ab. Meiose ist hier nicht notwendig, da kein Erbgut zweier Individuen vermischt wird. Die so entstandenen Tochterpflanzen besitzen nämlich alle das gleiche genetische Material wie die Mutterpflanze. Sie sind sozusagen Klone ihrer Mutter. Da alle Generationen somit das gleiche Erbgut besitzen, findet keine Anpassung an die Umwelt statt. Diese Anpassung ist nur mithilfe geschlechtlicher Vermehrung möglich, weil da immer etwas verschiedene Erbanlagen miteinander kombiniert werden und sich leichte Variationen ergeben. Es gibt verdammt viele Beispiele der vegetativen Vermehrung. Einige davon werden wir euch jetzt mal erklären. Die Gartenerdbeere oder die Grünlinie zum Beispiel bilden lange dünne Fortsätze, die sogenannten Stolonen, die man auch als Ableger oder Ausläufer bezeichnet. Bei Kontakt mit fruchtbarem Boden bilden sie Wurzeln, bei einigen Pflanzen geschieht das bereits in der Luft. Sobald sich der Ableger selbst versorgt, kann die Verbindung zur Mutterpflanze getrennt werden und zack, ist eine neue Pflanze entstanden. Sie besitzt exakt das gleiche Erbgut wie auch die Mutterpflanze. Erdbeere und Grünlinie vermehren sich aber nicht ausschließlich durch die Stolonen. Erdbeerpflanzen vermehren sich hauptsächlich mithilfe dieser kleinen Teilchen hier, den sogenannten Nüsschen. Die stammen allerdings wieder aus der geschlechtlichen, also der generativen Vermehrung. Bei schlechten Bedingungen und unter gewissen Umständen kommen diese Nüsschen aber nicht zum Keimen. Dann kann die Vermehrung mithilfe der Ableger gesichert werden. Verdammt raffiniert! Die Stolonen sind also nur eine Ergänzung zur normalen generativen Vermehrung. Vegetative Vermehrung kann auch mithilfe von sogenannten Absenkern betrieben werden. Das Ganze sieht dann etwa so aus. Wie ihr seht, kommt ein Teil der Pflanze in einiger Entfernung zur Wurzel wieder in Bodenkontakt. Es handelt sich dabei nicht um einen Ausläufer, sondern um einen ganz normalen Teil der Pflanze wie einen bodennahen Ast. Durch den dauerhaften Kontakt zum Boden fängt der Zweig an, Wurzeln zu bilden und schließlich kann die Verbindung zur Mutterpflanze unterbrochen werden. Auch hier entsteht dann eine neue, selbstständige, genetisch identische Pflanze. Auf dem Bild wurde der Ast von Menschenhand nach unten geknickt. Es kann aber auch von alleine in der Natur vorkommen. Viele Pflanzen, deren Sprosse waagerecht wachsen, wie niedrige Büsche, können sich mithilfe von Absenkern vermehren. Die waagerechten Sprosse berühren irgendwann den Boden und fangen dort an, Wurzeln zu bilden. Es kann auch durch äußere Einflüsse zu Absenkern kommen. Bei einem Gewitter knickt ein Zweig ab, sodass er noch Kontakt zum Baum hat, aber trotzdem bis zum Boden hängt. In diesem Fall kann es unter Umständen nach einiger Zeit zur Wurzelbildung kommen. Schließlich kann sich der abgeknickte Zweig alleine versorgen und ist nicht mehr auf die Versorgung durch die Mutterpflanze angewiesen. So ungefähr würde die Vermehrung durch Absenker in der Natur auftreten. Ähnlich funktioniert es übrigens auch bei Stecklingen. Auch die Knollenbildung ist eine Methode der vegetativen Vermehrung. Hier wachsen Knospen von der Pflanze mehr oder weniger waagerecht unter der Erde. An ihrem Ende verdicken sie sich dann und es entsteht eine Knolle, bei unserem Beispiel eine Kartoffel. Wenn man so eine Kartoffelknolle mal zu langem Keller rumliegen lässt, fängt sie an zu keimen. Wir können die keimenden Kartoffeln dann anpflatzen und BÄM neue Kartoffelpflanze. So sieht die vegetative Vermehrung durch Knollenbildung aus. Kartoffelpflanzen können sich aber auch generativ vermehren mithilfe ihrer Blüten und Früchte. Auch hier ist die vegetative Vermehrung lediglich eine Ergänzung zur generativen. Bei der Vervielfältigung der Pflanzen spielen Mithose und Maiose eine wichtige Rolle. Falls ihr nicht mehr genau wisst, wie die Mithose oder die Maiose abläuft, klickt einfach auf dieses Video. Dort wird euch das erklärt, was ihr unbedingt wissen solltet. Falls euch das Video gefallen hat, gebt ein Däumchen, wir würden uns drüber freuen. Haut rein Leute, bis zum nächsten Video und ciao!